Welcome to the World's Girls Leon 2024 Closing Show! Ich habe es geschafft und ich habe es verdient, hier zu stehen. Das Gefühl von all diesen Leuten dürfen auf den ersten Platz rüberstehen, das ist unbeschreiblich. Ja, ich habe dafür geschafft und dann ist es aufgegangen. Es hat sich gelungen, ich habe mehr Leute geholt und kann es einfach nur noch geniessen. Es ist der Hammer. Die Verwältigung, es sind so viele Kibles, was man alles sieht. Es sind so viele Gedanken, es ist schwierig, das zusammenzufassen. Seit dem Februar habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als trainiert. Auch in den Vorraum alles gegeben. Dass es so gelungen ist, ist natürlich unbeschreiblich. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, dass man sich überraschen kann. Wir müssen hart arbeiten, wir müssen sich geben. 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 Ich habe so etwas noch nie gefühlt. Ein super Gefühl, muss ich sagen. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Ich bin überschwemmt mit Emotionen, die wir erst einmal klar hatten. Was haben wir da jetzt geliefert? Wenn man ein gutes Team ist und sich auch untereinander gut versteht, dann ist es eine mega Hilfe. Es ist eine einmalige Chance und man soll jetzt Chancen im Leben packen und einfach machen. Man hat sich selber gut lernen kennen. Man muss mit dem Druck umgehen. Man muss trotzdem fokussiert sein. Das macht mich extrem stolz, auch gerade ich als Frau für meinen Beruf darzustehen und zu zeigen, wir Frauen können das auch. Ich hoffe, ich konnte die Vorbildfunktion einnehmen und andere inspirieren und zeigen, dass es mega cool ist. Hält Freude daran und zeigen, dass ihr Freude daran habt. Ich werde die Surrender